dezent falsch abgebogen was bin schon drin bin dezent falsch abgebogen eben gleich ich habe meine kamera vergessen anzumachen ja das haben wir ja gerade oben kurz angehalten vor den stufen ja scheiße ich hätte die stufen gerne mitgenommen aber hier haben sie den schicken die dazu gemacht siehst du das ist ja hoch die stufe oh hallo binchen sorry also abrollen naja geht würde gerade so funktionieren ist aber viel kopf komplett loose so Wir sehen uns schon wieder. oh ja, bin da oh, los ich denke so, ist der schön gesprungen, will ich auch und dann ist scheiß Sand Garmin, sag mir bitte, wo wir sie hin da, danke ich habe uns nur gerade nicht als Fall gesehen zu langsam, scheiße mit dem rechts oder links? vor fährfahrer, fährfahr dich vor bitte oh schön, schön schön wäre die spitzkehre leichter gewesen wahrscheinlich, oder? ja, weil sie gerade ausgegangen wäre war zu weit vorne im rad jawoll kommen eh Wanderer kommt Wanderer? ja, dann kommen wir runter achso, ja gut, dann steh ich die sind noch ewig weg, ja dann steh ich eh grad ziemlich blöd vor voll kratzen dupp und vor, mit dir? anführer fährführer gar nicht so ha 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 na hop ne amb war ein bisschen verkrüppelt, aber hat funktioniert alter, was für eine stufe, alter was für eine stufe ja ich bin nicht wirklich getroppt, aber ich war schnell genug zum runterrollen hätte ich dir das vielleicht mal sagen sollen? wer hätte das gedacht? ok ok von mir aus mach auch gerne dein navi an mein navi ist schon die ganze zeit an, ich habe es noch nicht ausgehabt heute ich habe eh keine zeit zu drauf gucken oh der war schön der war schön lang oben, schön weit rumgehoben scheißglockblock, hier fehlt er mit nein ok ok nein eigentlich hasse ich ja sehr abend hin, aber allmählich finde ich meinen spaß dran ja jetzt habe ich auch gerade überlegt jetzt so rein schon verlockend, aber abkürzen kann jeder abkürzen kann jeder und vom dinger ohne selbst 80 vom ratz zu schmeißen, naja da hinten rum wärs nicht gegangen weil ich ganz ehrlich sagen muss mit einem leichteren gang wärs besser gewesen mit stufen tschüssi tschüssi sekt tschüssi 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 nochmal rein hier runter rum Du warst ein bisschen zu schnell, ich würde eigentlich direkt neben dir rauskommen. Ich würde sagen, ich würde es nicht so schnell, ich würde es nicht so schnell zu gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, hier sind nur 30 anauf! Ja, nur 30!